Willkommen zu unserem heutigen Video. Wir schauen uns heute ein nützliches Gartenwerkzeug an, den Wassersprengler. Egal ob du deinen Rasen pflegen oder deinen Garten bewässern möchtest, ein Wassersprengler kann dir viel Arbeit abnehmen. Es gibt verschiedene Arten von Wassersprenglern, die jeweils für unterschiedliche Bedürfnisse geeignet sind. Kreissprengler sind ideal für kleine bis mittelgroße Flächen. Pendelsprengler sind hingegen gut für perfekt rechtäckige Gärten. Und Impulssprengler kommen häufig in großen Gärten oder zu Feldern im Einsatz, da sie eine größere Reichweite haben. Die Installation eines Wassersprenglers ist einfach. Stieße den Sprngler einfach an deinen Gartenschlauch an und platziere ihn an der gewünschten Stelle. Stelle sicher, dass du die Sprührichtung und Richtweise anpasst, um die beste Abdeckung zu erzielen. Ein Wassersprengler spart dir nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass deine Pflanzen gleichmäßig bewässert werden. Dies führt zu einem gesünderen und schöneren Garten. Und das Beste daran, du kannst ihn sogar mit deiner Zeitschaltuhr kombinieren, um deinen Garten automatisch zu bewässern, auch wenn du nicht zu Hause bist. Danke, dass du zugesehen hast. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal für weitere Tipps und Tricks rund um den Garten. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Gärtnern.